Hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach Ticket und heute auf das Spiel in My goodness Prime Chaos Deutsch. Ich habe es mir schon heruntergeladen so wie immer und meine Charaktere und hier ist auch mein Account. 95. Ich lasse es mal weiter. Ich glaube der hat sich auch in anderen gespielt, nicht dem. Nein egal. Ähm, das Spiel beitreten. Jetzt ist Lava noch. Einen Moment. Das hier wieder runter. Geht hier ganz ziemlich schnell. 330 Megabyte. Und ich bin dann mal entspannt. Wir probieren dann wieder die Dailies alles zu machen. Ich glaube jetzt habe ich auch einen anderen Server gespielt. Dann spiele ich 187. Ich glaube letztes Mal war er 188? 89? Keine Ahnung. Meine Nase läuft. Ja. Schöne Figur. Ach, okay. Das kommt noch schnell. Ja, okay. Ich bin dann. Ja. Schöneig. Schöneig. Ja. Die sind schon. Ja. Das ging gut. Ich bin dann. Ja. 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 und los geht es sprich mit Lolita sprich mit Pandora Pandora 4 Episoden nacheinander kein Problem wo war denn der Autoknopf und die Autoknopf und die Autoknopf und die Autoknopf war alles das gleiche LOL jetzt kommt Episode 2 hier ist eigentlich immer die gleiche Episode die ich gerade spiele, nur hier ist eine andere Schwierigkeit. Nice, nice, nice. Die nächste Runde. Was wird jetzt der dritte Stern werden? Habe ich alle 3 Schwierigkeiten schufen? 11 Sekunden. Und zwar. Und da war das gleiche drin. Oh, hier sind sieben, wir haben einen Wein. Naja. Naja. So, das war jetzt die vierte Episode, hoffe ich. Nicht, dass da jetzt die zweite steht, das ist die zweite. Bis zum nächsten Mal. Oh, der Boss. Sohn, doll. das sind vier episoden oder die zehn episoden ok machen wir die dailies weiter die dailies weiter versuchten wie groß bin ich in klammerlich 96 ein schönes level gegen den die kämpfen aber nicht gestartet erst um 20 uhr ok das ist ein bisschen doof ein stadtbesuch das können wir machen schädigungsbote erst der lieb fertig in der arena einen kampf machen k.o. gewonnen die kämpfe kann ich machen manchmal so lange bis ich einmal verloren habe k.o. ein geschenk gewonnen schön blueberry für die pferde mal keine ahnung wofür ich bin 434 mein bitte 429 430 abfülle ja ja und 400 überholt ich bin platz 400 rüstung wo steht denn meine stärke eigentlich so jetzt ein bisschen schneller die 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 Na gut. Ich krieg noch 250 hin. Ah, kein Aussauger. Gut, dann sind wir damit fertig und nächste Quest. Kauf Energie. Kauf Energie. Einmal kaufen. Aufwärten. Ein Ei aufschlagen. Das ist gut. Ich erkläre nicht alle Eier. Okay. Die nächste Quest. Energie einfordern. Okay. Geht nicht. Schön. Verlassen. Einmal reicht doch. Allianz Drachen töten. Da kommt mein Geld. Und. Jawohl. 600.000. Und. 1,2 Millionen. Jawohl. schon 5 Minuten mehr. Da kommt 2 Millionen. 2 Millionen. 2 Millionen. Ne. 2 Millionen. Das ist die nächste Minute. So. Jetzt verstehe. Das verstehe. Das verstehe. Das verstehe. Das verstehe. Und jetzt kommt die nächste Münze. Münze. Die Nummer 8. Bäm. Und. Das war's. Einfordern. zuerst. Reipieren. Das. 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 Nicht genügend Items, einmal Reiter füttern oder weiterentwickeln. Gut, hat 20 Demonte gekostet. Gefährtemission. Das geht nur von 9 bis 2 Uhr. Weiß ich genau jetzt nicht. Müssen halb 6 sein. 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 Müssen halb 8 sein. Müssen halb 6 sein. der Zweiter die Kontrolle und Oh nein, der ist 96 Ah, ich muss da hin Kampfzone Okay, da sind wir Ich schieze mal sie Die Himmelskönigin Hera Ich schieze Ich schieze Ich schieze Welle 4 Welle 5 Die Himmelskönigin die Königin die Göttin ist nur noch mit 80% annehmen 79 ja ok ok schon ein Level weg ok ich muss Pison spielen da war er noch zweimal schnell den Boss hier so nochmal durchlaufen oder Episode 5 ich bin zu schwach warum hm kann doch nicht sein ich kann doch nicht so schwach sein Episode da müssen wir schnell unseren Helden ein bisschen aufpassen Schmiede verstärken automatisch verstärken ich bin ich bin die 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 Ich bin Dominator. Ach je, ich bin pleite, das ist auch noch, Allianz, ob ich hier noch was machen kann. Ich bin Dominator. Charakter. Okay, jetzt aber. 94.000, ich war bei 71.000 glaube ich. Na mal was anderes. Das ging erst um 20 Uhr. Okay, dann kaufen wir uns das frei. Das ging von 12 bis 24 Uhr. Kaufen wir uns auch frei. Jetzt sind der letzte. Ich brauche noch, oder reicht das auch, wenn ich eine kleine spiele? Schauen wir mal. Nehmen wir da hin. Also den kann ich ja nicht. Und wenn ich den jetzt noch vier mal kämpfe. Das war ein schnell nicht lang natürlich. Ja, fertig. Meine Dailies sind abgeschlossen. Ich will noch so gucken, was wir hier haben. Oh da, ein Fordern. Black Friday, 30% gepunkt. 15 Fragmente, gut. Ah, immer noch nicht. Gleichkeiten. Ah, muss man vorher machen. Einfangen. Halt schon. Na dann. Jetzt haben wir noch hier. Hier leuchtet dann noch etwas. Bodenstange. Genau, das haben wir auch noch nicht gemacht. Einfangen. Weil ich dir das nicht wirklich gut bin. Erstmal hier. Einfangen. Einfangen. Achtung. Ich kaufe an. Oh, der haut aber auch ganz schön rein. Vielleicht bin ich da unten. Ausstattung der Piste. Ja, alles war das. Mal nicht weiter. Sind beim Boss. Äh, was gibt's noch? Wichtigkeit. Mach ich auch so. Ich muss selber spielen. Ein Labyrinth. Ich hab 502. Oh no. Oh no. Oh no. Das war's für heute. Da oben ging es weiter, oh nein, zurücklaufen, oh, ist weit gelaufen, was ist das Riesel? Hier gehts lang. Wo ist der Schlüssel? Go, go, go. I'll snatch you to pieces. Na ja, das schaffe ich doch nicht, oder? I'll snatch you to pieces. Okay. Der Schlüssel. Ich könnte doch auch schnell ein bisschen weiter laufen, oder? Was ist denn hier noch schön? Alles besiegt, gut. Ich glaube ich habe nichts übersehen. Dann gehts jetzt in den nächsten Runde. Ne? Ne? Ne, zurück. Ich mag ihn nicht. Zu viel Stress. Yo, Leute. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Ich möchte aber eigentlich noch das eine Spiel. Mit den Drachen. Das hat mir immer Spaß gemacht. Verliess. Na weh da. Ich weiß aber nicht mal wo es das ist. Was ist das? 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 commodity Mal sage. Warte geht's auch nicht. Mensch, wo war das gewesen mit dem Drachen? Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Hm. Such und such. Ach, ach, ganz ohm. Das wollte ich noch spielen. 36 Münze hab ich noch. Ja, das war's. Ja, das war's. Zitzen Da ist die Truhe. Da ist die Truhe. Da ist die Truhe. Da ist die Truhe raus. Da können wir noch zwei Münzen. Ach, das war ja wohl nichts. Okay, das war's dann. Super. Super. Ich hab eine Truhe gekriegt. Super. Ähm, ja. Dann nochmal schnell den Helden aufwerten. Schnell hinzufügen. Aufbeißen. Wer wieder? Gut. Automatisch verstärken. Fetten. Und hier. Und hier. Ja. Ah, durch die Schmieden wahrscheinlich. nicht. Na ja. Ja. Gut, das war's dann für heute. Ich werde immer mein Ticket abholen. Und sag schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Also.